Die Stadtwerke Bruck haben sich als regionales Dienstleistungsunternehmen seit Jahrzehnten auch in der Lehrlingsausbildung etabliert. Im Sommer 2012 werden die Lehrstellen als Reisebüroassistent, Elektroinstallationstechniker und GWZ-Installateur vergeben. Reisebüroassistenten informieren und beraten über Reisen und Veranstaltungen aller Art und vermitteln Reisen ins In- und Ausland. Mit umfangreichem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung gewährleistet hier das Team des Reisebüro Bruck an der Mur die besten Möglichkeiten. Die Lehre dauert drei Jahre, wovon das eine duale Ausbildung ist. Das heißt, zwei Monate im Jahr ist er in Wien in einer Berufsschule und die restliche Zeit macht das Praktikum einfach hier in unserem Team, in unserem Reisebüro. Wir haben drei Büros, es kann sein, dass in allen Reisebüros eingeteilt wird. Erfahrung, Know-how von unserem Team können wir ihm dann weitergeben. Nach drei Jahren ist der Lehrling ausgebildet, fertig, wobei Ausbildung dann noch nicht abgeschlossen ist. Wir haben immer Weiterbildung, also es ist auch für uns jedes Jahr mit Tageskursen, Zweitageskursen, damit wir immer auf dem laufenden Stand sind und auf dem neuesten Wissenstand. Elektroinstallationstechniker beschäftigen sich bei den Stadtwerken Bruck neben der allgemeinen Elektrotechnik für Wohnung und Haus, beispielsweise auch mit dem Verteilerbau und Energietechnik, mit Beleuchtungssystemen bis hin zur Straßenbeleuchtung oder mit dem Programmieren von Gebäudeleitsystemen. Es ist sowohl ein technischer Beruf, man darf nicht vergessen, es ist immer in Verbindung mit Normen, Vorschriften, Schutzmaßnahmen, die ja dem Kunden gegenüber oder der Anlage gegenüber sichergestellt werden muss. Aber natürlich auch Kreativität ist gefragt, dem Kunden gegenüber. Wenn ich heute sage, ich würde hier am Förderbahn sitzen, dann würde ich sagen, dann geht das nur in eine Richtung. Das ist beim Elektrotechniker auf keinen Fall da vorhanden. Die Ausbildung im Bereich der Gas-Wasser-Heizungsinstallation befasst sich mit Gebäudetechnik, Badezimmerinstallation und Gestaltung, sowie dem Umgang mit alternativen Heizsystemen und Regeltechnik. Ja, bei unseren Lehrlingen legen wir sehr großen Wert, dass ihnen einmal der Beruf erstens interessiert, dass sie einen handwerklichen Beruf erlernen wollen und dass sie auch, wenn sie den Beruf erlernt haben, sich auch weiterbilden wollen. Die Ausbildung dauert vier Jahre, setzt sich zusammen in jeweils in jedem Jahr zweieinhalb Monate Berufsschule und dann die praktische Ausbildung bei uns im Betrieb. Durch die Vielseitigkeit der Stadtwerkebetriebe profitieren hier Lehrlinge von abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Aufgrund des breit gefächerten Berufsbildes ist später eine Spezialisierung in vielen Sparten möglich. Bewerben können sich Jugendliche mit abgeschlossener Pflichtschulzeit. Infos dazu finden Interessierte auf der Homepage der Stadtwerke Bruck unter www.stadtwerke-bruck.at unter der Rubrik Jobs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017